Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht Video hier auf meinem Kanal. Was ich alles so aufgebraucht habe im Monat Mai, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. So, was gestern leer gegangen ist, war dieser Conditioner von Shakebar. Das war für alle Haartypen mit Manuka Honig. Da war in einer Box mit drin gewesen und ich fand den richtig gut. Die Haare danach waren richtig weich und fluffig. Also hat mir sehr gut gefallen. Kann ich echt empfehlen. Dann ist leer gegangen. Multivitamin Pärchen für Kinder. Wie gesagt, ich hatte die mal gekauft so als Probe. So für die Wintermonate. Jetzt habe ich gesagt, nehmt mal jeden Tag zwei Stück und damit das mal weg kommt aus der Küche. Dann haben wir hier von Isana ein Pflegeschampoo mit Arganöl. Also da schwärmt ja meine Tochter davon. Sie liebt dieses Shampoo und das hat man auch mal als Probe gehabt und seitdem kauft sie das auch gern mal wieder nach. Oder besser gesagt die Mama noch. Dann habe ich hier von Avon ein kleines Schaumbad mit 250 Milliliter. Hier war Magnolia mit dabei. Also es roch sehr blumig und irgendein anderer Duft noch. Pink Pony oder sowas. Hm, was auch immer das jetzt sein soll. Also das roch sehr sehr blumig. Die kaufe ich immer, wenn sie mal im Angebot sind. So für zwei Euro. Dann nehme ich mir das mit. Dann ist endlich mal leer gegangen. Ein Augen-Make-up Remover. So ein kleines Probeteil. Das war mal in irgendeinem Set. Vielleicht vor fünf, sechs oder zehn Jahren. Jetzt ist endlich leer gegangen. Von Maybelline Jade. Eigentlich habe ich sowas immer für die Urlaubszeit. Und das habe ich jetzt mal wieder gefunden in meinem Beauty-Gaze. Und habe das einfach mal mit leer gemacht. Also es war super. Und würde ich vielleicht wieder nachkaufen. Aber ich glaube, ich steige jetzt doch eher auf Garnier um. Dann haben wir hier noch was vom Haushalt. Einmal Domol WC-Reiniger. Das ist die günstigste Variante. Die kaufe ich auch immer wieder nach. Je nachdem wo ich bin. Ob ich jetzt bei Rossmann bin, bei DM oder bei Netto. Ich hole immer das günstigste mit. Reicht vollkommen aus. Dann hat mein Mann leer gemacht. Isana Men. Ein Deo-Roller. Das ist auch ein absolutes Nachkauf-Produkt. Also wirklich jedes Mal für das Geld. Echt. Nur zu empfehlen. Dann habe ich hier von Aman Senses. Tropical Mexicana. Oh, das erinnert so an Urlaub. Sonne, Sand, Strand, Cocktails. Ja, also das war ein richtig schönes, fruchtiges Schaumbad. Also man riecht hier wirklich die fruchtigen Töne raus. Maracuja, Limette. Ein richtig toller Duft. Also wer es immer noch nicht probiert hat, ich sage es immer wieder, probiert ein Schaumbad von Avon. Und es ist einfach nur toll. Kleines Lehrgang von Domol. Ein Weichbier. Mysterious Flower. Ich glaube, das war aus einer Rossmann. Und für 1,29 €, wenn ich das sehe und bin bei Rossmann. Und ich denke dran, ja. Dann kaufe ich mir sowas immer nach. Ich mag ja so die dunkle Orchidee und sowas. Das mag ich ja. Dann ist leer gegangen. Endlich mein Sol de Janeiro. Original. Wohlbemerkt. Original Sol de Janeiro. Und das habe ich mir für ein paar Jahren, drei oder vier Jahren mal gegönnt. Weil auch eine Influencerin hatte mir das empfohlen. Und da war das gerade im Angebot bei Douglas gewesen. Und da habe ich gleich zwei Stück. Also ein großes Körperspray. Das Körperspray reicht vollkommen aus. Da braucht man gar nicht das ohne Toilette. Wenn man hier mit dem ganzen Körper einsprüht, reicht das. Also da ist man wirklich eingehüllt. Das ist so ein toller Duft. Ich muss aufpassen, dass ich mir den jetzt nicht überrieche. Weil irgendwann ist dann auch mal gut damit. Auch die M hat ja einige Tubes oder Nachbildungen von diesem Duft. Weil das ist immer so mit ein bisschen Pistazie, dass man das dann nicht sich überriecht oder so. So, dann hatte meine Tochter noch von Ina Kraus ein Vitaminshampoo. Als kleine Probe hatte sie das mal mitbekommen. Das war auch ein super Duft, weil das halt so die typischen Friseurprodukte sind. Die riechen halt ganz anders als die, die man im Laden bekommt. Dann ist leer gegangen. Ein Pinselreinigungsspray. Oh, das kam 3 Euro. Immer wenn ich jetzt so meine Schminkis mache, habe ich das in meiner Box mit drin. Damit ich die Pinsel gleich sauber machen kann. Ey, das ist einwandfrei. Das geht richtig gut. Das können wir gleich vor Ort machen, an den Tisch noch. Und ja, also das würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann habe ich hier noch von Balea milde Seife. Duft nach Winterzauber. Let's get cozy. Also das ist jetzt auch mal leer. Sieht natürlich süß aus mit dem Pinguin, aber ich kann das Zeug nicht alles aufheben. Ich habe sowieso schon überhaupt Kosmetik en masse. Also ich muss wirklich leider mich von den leeren Sachen trennen und kann es nicht aufheben. Dann habe ich hier noch eine Körperpflegecreme von Nowbuy. Das war auch in einer Beauty Box mit drin gewesen. Auch fruchtig. Aber wie ich merke, ist hier glaube ich noch einiges drin. Aber wenn man das nicht mehr rausbekommt, ist es halt schlecht. Okay, dann bleibt es drin. Also ein richtig schöner Duft nach Buttermilch. Herrlich. Zitrone, Buttermilch. Herrlich. Dann haben wir hier mal wieder Freshline von Ocean. Ja, also nicht von Ocean. Ein Oceenduft. Ein Meeresduft. Wir haben hier im ganzen Haus solche Sprüher stehen. In der Hoffnung, dass man das blöde Katzenklo nicht so riecht. Klar machen wir das jeden Tag zweimal sauber. Aber trotzdem, ich habe das gerne, wenn man nicht gleich an der Tür riecht, dass man eine Katze hat. So, als nächstes habe ich hier einen Duschschaum. Das hatte ich von meiner Füßtherapeutin bekommen, zum Nikolaus. Und ja, das ist jetzt auch leer gegangen. Es war ein sehr schöner, blumiger Duft. Das war Rosenduft. Dann war in einer Apothekenbox, genau, Homespa, Green Garden, ein Körperbalsam. Der war auch sehr schön. Der zog auch gut ein. Endlich leer gegangen ist von Ronsbull eine Tagescreme. Ich glaube, die war letztes Jahr mit in so einer. Ich glaube, in der Goodiebox war die drin. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Es ist für mich eine einfache Pflege und ich habe es einfach mit aufgebraucht. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Dann haben wir hier eine Spülung von Insana aus dem Adventskalender. War gut. Halt der Winterduft. Dann ist leer gegangen Haarspitzenfluid von Balea. Wie gesagt, die kleine Sache aus dem Adventskalender. Die hat meine Tochter leer gemacht. Dann haben wir natürlich hier das tolle Shampoo von Ritual. Das riecht natürlich auch richtig toll. Ritual of Sakura. Also das ist so Kirschblütenduft. Also das ist echt traumhaft. Freue ich mich immer, wenn das in so einer Box mit drin ist. Dann habe ich hier von Lottilondon ein Fixing Powder oder ein Setting Powder. Das ist leer. Gott sei Dank. Ich habe bestimmt noch zwei Stück da. Also ist in Ordnung. Nehme ich immer mit. Dann leer gegangen von meiner Tochter. Ich glaube, es war von Essence ein kleiner Shiny Lipgloss. Sie liebt diese durchsichtigen Lipglosses. Mit so einem Applikator. Ich weiß jetzt nicht, was es für einer war. Es ist total abgelebt. Ja. Dann denke ich mir mal, wie viel Chemie ist jetzt in unserem Körper noch. Wenn so ein Ding alle ist. Dann hatte ich hier noch so von Baileys & Harding einmal Badekristalle. Ja, das war jetzt nichts Besonderes. Das war auch mal ein Adventsgeländer drin. Einfach nur benutzt, damit es jetzt leer geht. Dann haben wir von Veleda eine Bodylotion. Veleda ist auch so ein tolles Produkt aus der Apotheke. Und Veleda ist auch echt gut. Da gibt es Körper, da gibt es auch sämtliches Zeug davon. Also die Marke mache ich auch. Endlich leer gegangen ist Meridol. Eine Mundspülung. Die war, glaube ich, auch mal in einer Box vor drei, vier Jahren. Ich dachte, jetzt machen wir das Zeug, was alles so lange steht. Alle und ja. War gut. Dann haben wir hier noch ein Duft. Pure Woman. Das war von Cosmetic for Less, hatte ich das bestellt. Aber auch wenn das irgendwelche Nachbildungen sind, ist hier so ein für mich persönlich widerlicher Unterton, wo ich sage, boah, da riecht jedes Parfüm. Ich weiß nicht, was die da noch mit reinmachen, wo ich sage, boah, ich mag es nicht. Also ich habe da noch jede Menge. Ja, also da ist irgendwas drin, ein Duftstoff, der mir überhaupt nicht gefällt. So, dann habe ich hier von Shebens Lifting Skin Booster. Ich glaube, das war mal in einer Rossmann Schön für mich Box. Dieses Serum zog schnell ein, hat mir sehr gut gefallen und ist jetzt leer. Ja, würde ich kaufen und ich würde es auch verschenken. So, dann haben wir hier nochmal Ritual of Namast Glow. Eine Radiance Anti-Aging Serum Creme. Mit Saffron Flower und Holy Lotus. Ja. Geheiligt werde der Lotus. Ja, also das war auch in Ordnung so ein kleines Pflegecremchen. Das hatte ich auch in meiner Beauty-Kiste gehabt. Dann habe ich hier eine BB Tag- und Nachtpflege für alle Hauttypen. Also auf BB ist ja jetzt so meine Tochter gekommen. Sie hat gesagt, Mama, die Cremes, die sind wirklich schön. Ja gut. Ich habe natürlich auch noch viele andere Cremes. Also einfache Tagespflegecremes, die müssen wir trotzdem mit alle machen. Aber wenn es sich mal die Möglichkeit ergibt und wir sind gerade zusammen shoppen, natürlich darf sie sich da wieder so eine BB Pflegecreme aussuchen. So, dann haben wir noch ein bisschen Klopapier. Das ist das, was ich eigentlich größtenteils nicht aufhebe. Ja, auch wir benutzen Klopapier gut und günstig. Ich gucke auch immer, dass ich das günstigste hole. Wenn ich mir denke, früher 1,99 €, jetzt sind wir bei 3,50 €. Also, ja. Ich glaube, dazu brauche ich jetzt nichts sagen und hoffe, ich empfache dadurch keine Diskussion. Dann habe ich von Alvira Skincare. Das waren 50, glaube ich, große Wattepads aus dem Action. Ich denke aus dem Action. Also die großen Wattepads, die machen schon was her. Aber wenn ich dann mal sehe, dass es ja doppelt so viel Abfall wie die kleinen Wattepads, schränke ich mich da doch ein bisschen ein. Obwohl die großen Wattepads richtig gut sind. So, dann haben wir hier von Nivea ein Mizellenreinigungstücher 3 in 1. Entfernt sogar wasserfestes Make-up. Das war so eine Limited Edition, wo mir wieder das Bild gut gefallen hat. Solche Reinigungstücher nimmt meine Tochter. Und wenn sowas Hübsches dabei ist, kaufe ich das natürlich. Dann haben wir ja gemacht von Yesa. So ein paar Binden. Also die sind einwandfrei für das Geld. Diesen ähnlich der Always Binden. Ja. Und das kaufe ich auch immer wieder. So, dann habe ich gestern benutzt ein Tee-Desept Glitzersprudelbad mit Limette und Kokos. Ja, gesprudelt hat. Schaum hat es keinen gemacht, weil ich ja gestern Haare gewaschen habe. Ist immer gut, wenn ich was habe, was ohne Schaum ist. So, dann habe ich hier Gesichtsreinigungspads. Alkoholfrei. So ein bisschen exfoliating soll das gewesen sein. Das war auch in der Goodiebox mit drin gewesen. Ich glaube 10 oder 20 solche kleinen Patches waren hier drin. Damit habe ich einfach immer noch ein bisschen meine Haut zusätzlich gereinigt. Dann hatten wir hier ein Nachtelixier von Glitz. Also Glitz ist ja auch so eine Marke. Die haben super tolle Haarpflegeprodukte. Und wie gesagt, sowas nimmt dann immer meine Tochter, weil sie wirklich sehr, sehr lange Haare hat. Meine Haare sind eigentlich soweit nicht geschädigt. Und ja, also das ist auch ein Produkt, wo sie gesagt hat, das war sehr, sehr gut. Dann habe ich ja hier noch ein paar Gesichtsmasten. Also solche kleinen Tütchen, solche Sachets. Zweimal anwendbar. Ich glaube, hier ist auch schon ein bisschen weniger. Jeweils 8 Milliliter. Ich bin mir nicht sicher, ob da früher mehr drin war. Natürlich von Asam. Das ist natürlich der absolute Mercedes unter diesen Gesichtsmasken. Ich liebe die Gesichtsmasken von Asam. Die sind wirklich echt der Burner. Ja, schade, dass es, ich weiß gar nicht, ob es die so erhältlich ist oder ob man die nur online bestellen kann. Bin ich mir nicht sicher. Das war eine Tonerden-Gesichtsmaske. Das war sehr schön. Und das hier war mit Cookie. Und mir gefallen die bald besser als die ganzen Gesichtsmasken, die man so auf die Haut tut, wie diese hier. Ich mache das alles jetzt noch mit Leer. Klar lässt man sich immer verleiden hier von so einem hübschen Bild. Da nimmt man das natürlich mit. Oh, fast eine Ähnlichkeit. Ich könnte ja meine Haare so ein bisschen hoch machen. Guckt, guckt, guckt. Das ist ja der Hammer, ey. Meine rote Schleife. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch meine rote Schleife reingemacht. Herrlich. Oh, das muss ich mir aufheben. Das muss ich weiter zeigen. Okay. Dann habe ich hier dazu nochmal mit Sweet Cookie so eine lustige, doofe Donut-Maske. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn ich so eine blöde Maske aufhabe, kommt mein Mann ins Bad und lacht sich einen ab, hey. Der wartet wahrscheinlich immer noch drauf, wenn ich in der Wanne sitze und dass er mich da ein bisschen auslachen kann. Dann habe ich hier mit Wildrosenextrakt auch eine Gesichtsmaske. Ja, die waren so in Ordnung. Aber auch an mir riecht das immer alles so sehr nach Chemie. Hier hatten wir eine mit Mandel gehabt. Auch alles so aus dem Action. Natürlich die von Garnier. Die war auch sehr, sehr schön. Eine Vitamin Tuchmaske. 15 Minuten lässt man die einwirken. Da kann man wirklich schön entspannen dabei. Und hier habe ich noch eine Sheet Maske. Die war auch echt. Die war gut. Die war gut. Aber es riecht halt alles so ein bisschen streng. So. Dann sind Feuchtigkeitstücher leer gegangen von Baby Love. Wie gesagt, ich putze damit meine Toilette immer schön sauber. Oder wenn unten irgendwie ein Fleck ist auf den Fliesen, nehme ich immer diese Tücher. Dann ist noch ein bisschen Badesalz leer gegangen von Isana. Oh ja, es geht dem Ende zu von meinem Badesalz. Da kann ich irgendwann mal wieder richtig viel kaufen. Das Velvet Flower. Das riecht so ein bisschen so nach dunkle Orchidee oder Christrose. Also das ist wirklich ein schönes Blumenbouquet. Dann haben wir hier Berry Wishes Badeschaum. Winterbeere mit Vanille von Dresden Essence. Das war auch sehr schön. Und ich hoffe, ich bekomme es noch, wenn ich das nächste Mal bei Rossmann bin. Hier habe ich eine fruchtige Prise Badesalz. Früchtiger... 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 Früchtiger Duft nach Mango und Pfirsich. Oh, da muss ich mich eindecken. Das riecht wirklich gut, weil es ist wieder eine Limited Edition. So, das war mein Aufgebrauch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, ein Abo. Schaut gerne meine anderen Videos. Die sind immer so an die 10 bis 15 Minuten. Wir wollen es ja immer nicht übertreiben. Außer hier das Aufgebrauch. Das braucht natürlich immer viel, viel länger. Obwohl ich mich gut in der Zeit halte. 17 Minuten ist gut, sonst bin ich bei 20 oder 25 Minuten. Also wie gesagt, lasst ein Abo da, weil das ist ganz wichtig. Denn damit unterstütze ich mich. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao.